Sommerzeit ist Baustellenzeit im Ammertal. Auch in diesem Jahr werden in den Sommerferien auf der Ammertalbahn in zwei Phasen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Aufgrund dieser Baumaßnahmen ist die gesamte Strecke Tübingen-Herrenberg zeitweise komplett gesperrt. In dieser Zeit beginnen und enden alle Direktzüge aus und in Richtung Blochingen und Bad Urach, bereits im Tübinger Hauptbahnhof. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Baumaßnahmen umfassen unter anderem die Sanierung einzelner Streckenabschnitte sowie die Erneuerungen von Fahrgastunterständen.